Wie, was, erzählt sie dort in der Schreckenschlucht? Dort in der Schreckenschlucht. Der wilde Jäger soll dort hetzeln, und wer ihn hört, ergreift die Flucht. Da furcht im Herz des Weidmannshausen, doch seh' nicht mehr, der Gott versucht. Ich bin vertraut mit jenen Drausen, das Mitternacht im Walde webt. Wenn Sturm bewegt, die weichen Sausen, der Herr krächtst, die Heile schwimmt. Der Herr krächtst, die Heile schwimmt. Da furcht im Herz des Weidmannshausen, doch seh' nicht mehr, der Herr krächtst, die Heile schwimmt. Ich bin vertraut mit jenen Drausen, das Mitternacht im Walde webt. Doch triebt sich nicht die Mondenscheibe, doch strahlt ihr Schimmer klar und hell. Doch bald wird sie den Schein verlieren. Willst du den Himmel observieren? Das werden meine Sache nicht, das werden meine Sache nicht. Das wird meine Sache nicht, das wird meine Sache nicht. Das wird sie den Schein verlieren. Das werden sie den Schein verlieren. So kann ich meine Angst nicht rühren. Mich ruft von innen Wort und Pflicht. Mich ruft von innen Wort und Pflicht. Mich ruft von innen Wort und Pflicht. Lädchen, 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 Lädchen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020